kein problem so, Herr Weber Stroh ist alles weg, das hat ganz gut geklappt ich habe jetzt noch einen Ladewagen tatsächlich komplett voll bekommen, hätte ich jetzt nicht erwartet den würde ich noch einmal kurz wegfahren einmal zum Herrn Wiese und dann können wir anfangen zu kalken, würde ich sagen ja, würde ich dann gleich machen ich würde gerade schon mal anfangen, das Feld zu kalken ja, perfekt, okay, super ich würde dann es tun das Possible quasi mit dazu stoßen, damit das alles ein bisschen schneller geht mit dem Ansehen und sonst was wir gucken mal, wie schnell ich wieder da bin, wie weit sie dann sind ich denke, das kriegen wir hin okay, Herr Weber einen wichtigen Punkt habe ich tatsächlich ich habe mir das schon so die letzten Tage immer wieder überlegt und dachte wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen ein bisschen zusammen und eigentlich ist ja in der Landwirtschaft gar nicht üblich, dass man sich die ganze Zeit sieht und sonst was und ich würde einfach sagen, ich bin ab jetzt der Ralf und nicht mehr der Herr Meister alles klar, Ralf, ich bin der Harald Harald, grüße grüße genau nee, also war mir einfach dran gelegen ich habe das schon so zwei, drei Mal überlegt und dann wie das so ist, mal hin, her, her, hin dann ist das aus den Augen, aus den Sinnen und jetzt haben wir es endlich gemacht Harald, wie gesagt, ich springe schnell zum Wiese und unterstütze dich dann hier schnell alles klar, ich fange schon mal an zu kalken danke, bis später, tschüss ah, wo ich die Hühner gerade sehe wir müssen unbedingt noch Hühnerfutter auffüllen haben ja jetzt aber genügend Weizen auf jeden Fall so dann fahren wir jetzt einmal schnell zum Wiese bringen ihm das letzte Stroh ich hoffe, er ist am Hof er hat gesagt, er muss zwischendurch noch mal was ausliefern mal gucken ob er schon wieder da ist so und da müssen wir auch noch mal gucken dass wir eventuell demnächst noch mal mit dem Kollegen Hansen Richter telefonieren ob es da schon Preise gibt für den Roder, der angedacht war ich bin ja ungeduldig ich kipp's so dann kippen wir's hier nochmal im Silo ab so da zieht Judo aus ah CNN Herr Wiese Herr Meister, ich grüße Sie grüße Sie auch ja just in time würde ich sagen, wa? ja, gerade wieder gekommen ja, hab ich Glück gehabt ich hab's gerade noch im Spiegel gesehen da dachte man optimales Styling sehr gut äh, Herr Wiese ich habe fertig ähm wir müssten dann nur einmal bitte gucken wie viele Liter es geworden sind ja, Moment ich schau das direkt nach ja ach muss muss nicht sofort das war jetzt nicht die Aufforderung ja, sind 200.000 Liter Stroh gewesen ja das hat sich gelohnt, würde ich sagen das hat sich gelohnt das von so einem kleinen Feld ja, sehr gut ich würde sagen der Ertrag den würde ich hier direkt mal in neue Reifen investieren ne? ja, da da sagen sie was, Herr Wiese also das schicke Style, was wir da gekauft haben aber die Reifen könnten sie mal neu machen ja, ja das ist uns bewusst wir haben leider momentan das Problem wir haben ja äh im Ort kein kein Händler ich wollte jetzt nochmal versuchen ob der Herr Kleiner irgendwie was was machen kann, ne? ob das LU vielleicht mal Reifen aufzieht oder wo wo die das machen lassen so lange gehen gehen die halt noch grenzwertig, ne? aber was soll ich sagen das gute Stück hat über 1200 Stunden schon gerissen ne? ordentlich das wird auch mal so aussehen, ne? ja, das wird nicht der erste originale Satz Reifen sein, vermute ich sehe ich stark von aus ja ja, genau aber äh, ja, ja steht auf jeden Fall auf der Liste also wenn Sie da jemanden kennen der der Reifen uns, äh, ne? bringen, besorgen, draufziehen kann melden Sie sich gerne naja, in der üblichen Kfz-Werkstatt werden Sie das nicht machen können ja, ich, äh, vermute äh, das auch sehr stark ja, ja ja äh, der gibt sich ja demnächst da mal irgendwas, das wäre ja nicht schlecht ja, ich, ich hoffe genau, ich, ich hoffe wir sehen ja, genau dann mache ich Ihnen die Überweisung fertig sehr gerne, sehr gerne, Herr Wiese ähm, ansonsten haben wir ein bisschen Weizen eingefahren ich weiß allerdings noch nicht also es ist Bio-Qualität ich kann Ihnen aber aktuell noch nicht sagen wie viel wir Ihnen da anbieten können oder ob wir Ihnen da was anbieten nur damit Sie schon mal grob gehört haben da könnte ich sage jetzt blöd noch was kommen ähm wenn Sie wissen, wie viel melden Sie sich nochmal vielleicht lassen wir es direkt am Hof für die Saatgutproduktion ah, ja das, das können wir machen sehr gerne ja, dann sagen wir nur wie viel Sie abgeben können oder wollen ja und, äh, dann kann ich Ihnen sagen ob wir das entweder hier herfahren müssen oder ob wir es direkt am Hof verarbeiten können okay, also wir werden uns wahrscheinlich so zwischen 10.000, 15.000 Litern bewegen aber, ähm, wie gesagt ich, ich muss da tatsächlich noch mal gucken wir brauchen ein bisschen Hühnerfutter ich will ein bisschen was einlagern für, für später äh, für die Hühner ähm, kriegen wir alles hin sage ich Ihnen nochmal gesondert Bescheid ich muss eh noch an die Maschine schauen wie, wie voll der Tank ist also der Korntank ja äh, wie gesagt ich war ja letzte Woche war ich ja im Krankenhaus wegen meinem Vater ja, genau geht es Ihnen denn besser ja, ja, geht wieder alles aber danke nochmal für die Hilfe auf dem Feld hat mir sehr geholfen ja, gar kein Problem dafür sind Nachbarn noch da würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne ja, das stimmt das gar, gar, gar kein Problem Herr Wiese jeder, jederzeit gerne, ne also das machen wir ja doch mit mit Leidenschaft sind wir dabei das freut mich super in diesem Sinne mag ich mich vom Staub? ja, schönen Tag wünsche ich Ihnen auch bis dahin tschüss so, jetzt äh, einmal außenrum wollen wir jetzt hier nicht versuchen in dem kleinen Stück zu drehen es ist hier aber trotz nur ah, fährt er schon weg sehr gut da ist aber auch gelaufen Mensch ja, auch der neue Hof, ne es ist eng wieder aber ich glaube ausladende Flächen kann, kann man sich auch im Zweifelsfall nicht leisten, ne wenn die einfach nur asphaltiert sind damit man das schön drehen kann verdient man kein Geld mit so, dann jetzt ab nach Hause dem Harald einmal helfen ach, ich glaube tatsächlich dass das Lohnunternehmen hat hier mal auf seinem Feld gearbeitet sieht so gegölt aus kein Kalk mehr zu sehen Mensch so ah der Harald ist fleißig sehr gut ein Auto wieder ein Personaldienstleister der bleibt doch noch stehen was hat der denn für einen Aufbau hinten der blinkt wir machen mal das Tor und Entschuldigung Hallo Hallo kann ich Ihnen helfen ähm ja ich würde erstmal sagen fahr mal kurz von der Straße runter dann stelle ich mich vor ja sehr gerne das machen wir so bis gleich okay stellt sich vor hat hinten irgendwie einen großen Tank drauf was ist das will er mir den Diesel verkaufen hat er eine Tankstelle ausgeraubt oder das muss hier reichen so laufen wir hier mal schnell dran vorbei machen wir noch mal das Tor zu servus guten Tag Hans Fitschen mein Name Herr Fitschen grüß Sie Ralf Meißer mein Name hallo hallöchen hallo ähm ich würde mich einmal kurz vorstellen und zwar ich ähm habe hier neu angesiedelt ja ich habe oben bei Feld 4 habe ich ähm Land gekauft und habe da eine neue Werkstatt hin gebastelt eine Werkstatt darf ich fragen was für eine Werkstatt ja und zwar ähm eine Landmaschinenwerkstatt mit Verkauf und Ankauf ah okay ja sehr gut also so gesehen in der Region der neue Landmaschinenhändler mhm okay da ist so ein bisschen was falsch gelaufen wohl beim alten wurde mir so zugetragen vom Bürgermeister keine Ahnung will da weiter nichts drüber reden und ja wenn sie was haben kaufen verkaufen Reparatur sagen sie Bescheid also ich weiß gerade gar nicht was ich sagen soll sie sie schickt der Himmel ähm Herr Fitsch wenn sie mir kurz folgen ich hätte da ein Sorgenkind und zwar ähm haben wir nicht den Pöttinger hier ne ne der tut's noch wobei der soll auch mal neu aber ähm die sehen's bestimmt schon die guten Michelin-Schlappen die sind ein bisschen abgefahren da bräuchten wir äh vier neue ein bisschen ist gut ja kurz vor der Verschleißgrenze ne ja kurz davor ja ja fährt sich äh eigentlich ganz ganz gut noch muss man sagen ähm genau können sie mir sagen was sowas bei ihnen kostet dreieinhalbtausend also mit Rädern neuen Satz das heißt sie meinen die alten Felgen die machen keinen Sinn mehr oder wie habe ich das kann ich das verstehen genau komplett neuen Satz mit Arbeitszeit dreieinhalbtausend ja boah ich hätte es mir günstiger vorgestellt muss ich gestehen aber es hilft ja nicht ne müssen müssen runter ähm ja wie wann können sie das denn machen also ich sag mal so los sofort ja ähm ich würde ihnen den nach oben bringen ja ähm einfach nur dann dann kann ich vielleicht mal hab ich hab ich schon mal ihren ich sag jetzt ihren Laden gesehen weiß weiß wo er ist für zukünftige Sachen ähm haben sie sowas wie wie Leihgeräte schon wenn sie gerade frisch angefangen haben ist das natürlich ne 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 schwierige Frage ich weiß leider noch nicht ähm wird aber noch alles organisiert ja das ist noch alles in Wache ok ähm ähm dann machen wir es so weil sie haben ja auch ihr Auto hier ich bringe den äh gleich hoch ich nehme meinen Mitarbeiter den den Harald mit ähm wir haben ein Auto dann können wir zur Not mit dem Auto zurückfahren und ähm dann würde ich gerne auch mit ihnen äh sprechen für was was sie denn so so vertreiben und sowas das würde ich sehr gerne machen ok sehr gut ansonsten also vielleicht ganz kurz jetzt haben sie irgendwie ne ne Marke ich seh ihre ihre Cappas von von Amazone wenn ich das gerade richtig gesehen habe ähm also ich vertreibe so gut wie alles ok bin nicht markenspezif alles klar das heißt ich krieg bei Ihnen Klaas ich krieg ein Fendt ich krieg ein Deutz äh richtig ok 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 ja sehr schön ja gut der ist jetzt hier auch schon ein paar Tage alt und gebraucht aber der tut's ne haben wir günstig oder so ein MN der da gerade drauf fährt äh ja da bin ich noch weit von weg das ist der der Herr Wiese ich weiß nicht ob sie den schon kennt das ist äh unser ähm ja Land Landhandel quasi ne ja also der verkauft äh und er kauft die Güter hier an die Erzeugnisse äh es wird es wird bestimmt ein guter Kunde wenn sie sich äh ne gut stellen mit ihm genau wenn sie wollen gehen sie kurz kurz gerne hoch vielleicht hat er ein paar Minuten ähm ich würde einmal zu meinem Mitarbeiter springen und das schon mal klären dass wir gleich den den Lambo äh ihn hochbringen für die neuen Reifen dann machen wir das so super er führt schon also wie gesagt gehen sie gerne hoch äh Tor ist tatsächlich nur angelehnt äh bitte immer wieder zumachen weil sie sehen die Hühner dürfen hier frei über den Hof laufen äh äh und ich möchte kein Hühnchen irgendwie vorne an der Straße äh wiederfinden im schlimmsten Fall irgendwie ne erfasst oder sonst was äh dafür sind die sind die Damen nicht nicht da dann mach ich das mal wieder zu okay perfekt Herr Hühnchen dann würde ich sagen sehen wir uns später bis später ich danke ihnen bis dahin tschüss tschüss so dann müssen wir mal gucken Harald war doch hier eben au ihr habt doch hier den den Deutz gehört der ist schon wieder aufs Feld oder so Tor tatsächlich der ist schon wieder da hinten unterwegs ist mir jetzt zu weit ich rufe ihn an Weber ja hör mal Harald grüß dich hi Ralf Mahlzeit äh sag mal Harald ich ich hab da ne ganz kurze kurze Frage ähm du hast bestimmt gerade den Herrn gesehen mit dem ich mich unterhalten habe das ist der Herr Fitschen ähm der hat sich hier niedergelassen oben im im Norden und der vertreibt Landmaschinen und repariert diese auch ähm super haben wir wieder einen Schemann wo man das Zeug hinbringen kann ja ich ich hoffe ne das wird sich wird sich zeigen wie gut er ist er scheint nicht nicht der günstigste zu sein so wie wie mir scheint äh dreieinhalb tausend kostet uns der der komplette Satz für den für den Lamborghini Felge und äh Reifen quasi alle vier äh musste ich so ein bisschen schlucken aber ja ich weiß das sind große Schlappen große Felgen das kostet halt einfach Geld ich weiß ich weiß ähm Frage wäre folgendes könntest du mich äh da oben abholen ja klar also ich würde vorfahren würdest du dir das Auto schnappen dann können wir direkt äh ja den den oben abgeben er hat leider noch noch keine Leinmaschine und ich wollte ihm jetzt nicht unseren unseren Lambo direkt in die Hand drücken mit dem Schlüssel und sagen ja super fahr den mal hoch und bring ihn vielleicht zurück oder vielleicht auch nicht ich wollte mir erst noch mal das Geländer angeguckt haben ja kein Problem kann mich dich gleich holen ja sehr gut super äh dann fahr ich schon mal vor wenn du einfach ein paar Minuten später nachkommst ne dann ist alles gut ich komme gleich ich danke dir dann äh hören wir uns später bis gleich tschüss tschüss